so ich bin zurück am wagen wir brauchen jetzt drei quarts die müssen wir jetzt mitnehmen das war falsch wenn ich die drei quarts habe dann kann ich die dahin bringen und dann krieg ich glaube auf der anderen seite eins weg das so richtig verstanden hatte was sich der frank bartels war dass der es geschrieben hat dann müssen wir mal gucken wie wir da hinkommen also und wir müssen gucken dass wir da am eingang so eine marke setzen damit wir wissen wo wir hin müssen haben wir eine marke hier das ist die nächste frage nein das wollen wir nicht wir haben keine marke wahrscheinlich ausrichtungsmodus das ist ich weiß jetzt gar nicht warte mal lass uns zum auto noch mal zurückgehen dass wir sauerstoff haben und dann ist die frage nein ich bin schon wieder beim kuh nicht dabei kleiner drucker eine ebnungsblock verbindungen sauerstofffilter kleine kanister kleiner generator leuchtfeuer das brauchen wir okay das wird auch aus quarts gebaut sehr gut aber eben nur zwei im rucksack und nicht drei euro okay das heißt einer ging nicht oder das rucksack voll haben wieder gepennt wahrscheinlich mehr kann ich das irgendwo da da hörte sich gerade so an dass das geht das geht das wieder nicht hin ich kann quarts sehen da oben so jetzt haben wir die drei quarts und läuft er jetzt nicht mehr sehr gut keine ahnung warum er jetzt nicht mehr läuft jetzt mal hier aber die marke hin ich glaube da war mein ziel so hier ist der aber der ist nicht der richtige ich muss jetzt hier rumlaufen auf die seite so wenn ich jetzt nichts falsch gemacht habe dann müssen jetzt hier die quarze dran ok der geht jetzt schon weg oder so der zweite geht auch da kommt was in der mitte hoch ok und jetzt der dritte nein rucksack weg jetzt fliegt er darüber oder ich habe kein blassen schimmer was er macht fehlt noch einer oder was ich habe doch drei drinnen ok ich bin von hierher gekommen und da ist jetzt sowas komisches das komplett drum oder kann ich hier irgendwas aktivieren in ein stumpfes pentagon eingebettet ich dachte jetzt oder bin ich zu früh übergegangen und dann ging das nicht naja was habe ich falsch gemacht wahrscheinlich so ein shit so von wo sind wir gekommen von da jetzt ist hier wieder so eine barriere die ich nicht kenne ich komme nicht mehr zurück oder was ja das ist jetzt gerade doof gelaufen oder was muss ich tun einer hätte noch hoch gemusst oder so aber ich komme mir hier nicht mehr weg ja jetzt sind wir hier am wald gewesen negative aktion und dann sind wir am dingen schiff nummer zwei ist noch gar nicht da warte wo nochmal zug anhalten so jetzt sind alle wieder da gut soldaten info wir haben verletzte an der müde ist einer und einer ist krank aber der kranke ist hoffentlich schon im ding in sanitätswagen dann passt das ja so das heißt ich glaube noch mal auf der karte gucken aber ich glaube wir können jetzt zu sehen dass wir weiter fahren ja oder hier ist nur wald da ist nur sehe ich glaube sonst gibt es hier nichts das fahren wir sollen ja nach moskau und moskau wird wohl da sein wenn wir ja gleich mal irgendwann hier ankommen und jetzt hält der zug an mission starten empfohlen der truppengröße 8 schwierigkeit ok 4 potenzielle belohnung neue soldat belohnung ep belohnung treibstoff metall und stoff das soll es hier alles geben zeit pausiert im bahnhof lösen würde bedeuten wir fahren doch weiter oder warum ist er noch nicht gesund minus 1 gesundheit pro stund ach so er ist zwar hier gesund aber er ist noch irgendwie verletzt er müsste noch irgendwie behandelt werden oder was das brauche ich nicht ich brauche die aufgabe wieder da trupp stärke ist acht es gibt kein zu diese aktion kann sich in den nächsten regionen kann nicht regeln gemacht werden möchtest du wirklich fortfahren wir hatten glaube keine nebenquests kein zurück so wir müssen jetzt die einsetzen allerdings sollen es ja achte sein wir haben zwei trupps mit drei das heißt wir müssen irgendwie die trupps eigentlich auflösen oder neuen trupp erstellen so es müssen mindestens drei kampfbereite soldaten da sein was haben wir denn hier als kundschafter zu weisen als grenadier zu weisen wir haben nur drei sechs da waren auch ganz viele in dem wagen oder vertue ich mich ja kannst du ja nur so machen warte mal das machen wir nochmal rückgängig was haben wir hier als kundschafter zu weisen als sanitäter zu weisen haben wir und sanitäter haben wir hier auch einzeln so und hier müssen wir jetzt überlegen ob er ich komme ich denn auch weitere leute hier so wie komme ich an mehr soldaten ich habe doch hier im wagen genug was ist denn mit denen hier alle was ist denn jetzt hier ach so das muss noch steigen aber hier nicht sonst ist er koch ok machen wir jetzt mal jetzt nicht nur mg schütze sondern auch gewehrschütze antonio cura der kann jetzt zwei sachen machen super kann ich denn die leute hier einfach so durchblättern naja da so da sind die alle in diesem wagen jetzt noch mal bitte in einen anderen wagen jetzt hier so das ist der der ruht sich den ganzen tag aus und sonst ist er arbeitern was arbeitet er denn kann ich dem eine rolle zuweisen jetzt wahrscheinlich mehr weil ich dem anderen die rolle zugewiesen habe ich hält ja forschungspunkte brauchen definitiv auch mehr so wir können hier jetzt was anpflanzen oder haben wir keine pflanzen das ist auch noch die frage da waren sie nicht da waren sie weizen hier das hier rohrkolben oder gelbe teichrose die sind jetzt bestimmt in reichweite und die auch und hier müssen wir noch ein damm dann hin machen damit das wasser da länger drin bleibt ja aber leute fehlen uns das ist das problem wir haben 20 erwachsene jungtiere nur zwei das heißt vielleicht sind auch zu wenig häuser da kann das sein auch hier steht ja belegte betten 22 dann lass uns das mal so machen kriegen wir noch sechs betten dazu das ist schon mal gut aber nachwuchs aber trotzdem nicht kriegen wir mehr einen von den leuten angezeigt ja das ist alles okay schlafbedürfnis da sind auch schon keine arbeiter drinnen im krall ok lass uns überlegen wollen wir denn mehrere drinnen überall nur einer hier da mal er denn nicht noch mal da rein und noch mal nur drei schlepper du bist hier unten noch jetzt einer reingehen auch oder ist das richtig dass es immer weiter nach hier kommt das wäre ganz schlecht dann müssen wir definitiven damm da haben das machen wir mal so hier auch da mal eine hohe prio erst mal dran hat das zeug aus auswirkungen hier drauf dass das hier tot ist naja das macht keinen unterschied glaube so ist hier aber niemand dran und das bereitet sich tatsächlich immer mehr aus das rote zeug hier ist das unterirdische ruinen die müssten wir dann auch entdecken aber hier ist auch so zeug ok diese ist jetzt hier wohl schon offen das haben wir aufgemacht das schon mal gut so das würde bedeuten wenn ich hier aufmacher ist hier wasser dran ok das vielleicht nicht verkehrt dass wir das auch aufmachen hier müssen wir dann auch noch ein damm bauen damit wird das wasser hier halten da ist natürlich gesperre wir werden sehen aber das ist wahrscheinlich gar nicht erreichbar hier mehr fahrer ich glaube das geht schon nicht mehr dadurch müssen wir abwarten wieso ist hier keiner drunter wir haben doch hier welche weggenommen man kommt da einer rein gute frage hier das ist schon alles so komisch geworden von diesem wasser das ist nicht gut das kann ich ja gar nicht gebrauchen dieses wasser man was sind hier auf dem acker nix können anklicken kann doch unsere felder anklicken eigentlich die nicht ok müssen wir mal schauen ja würde ich sagen machen erst hier einen cut guckt in der nächsten folge wieder vorbei und ins nächste projekt natürlich auch rein bis dann jetzt wird es langsam knapp mit luft wir müssen dann auf jeden fall hoch der booster ist mit r oder ne linke schifftaste wärs ne das war auch nötig jetzt gifttapunenspotzen ok den nehmen wir mal für die andere wahrscheinlich also die luft ist jetzt ein bisschen knapp da will ich jetzt nicht noch mehr riskieren keine ahnung wo die nächste sauerstoff kiste ist das jetzt die nächste schwierigkeit dann das da war gerade munition da oben ist sauerstoff direkt neben so einem schicken roten ne wer hat uns aber nicht bemerkt da unten ist nochmal eine waffenkiste einfaches unter wasser gewählt das nehmen wir doch jetzt mal mit oder eigentlich müsste ich jetzt zum haifisch ne blöd ist dass ich jetzt hier kein dingens habe keinen sauerstoff mehr habe ich weiß auch jetzt gerade nicht wo der haifisch ist ne da ist ein roter den will ich nicht jetzt nochmal frischen sauerstoff das wäre nicht schlecht und dann zum haifisch hier ist aber gerade nicht wirklich was da haben wir wieder gut geschlafen ne der haifisch ist hier und das ist kein sauerstoff in der nähe vielleicht hier irgendwo was ja so 90 voll geladen jetzt wollen wir mal gucken dass wir den da kriegen oder den brauche ich jetzt nicht ich will den haifisch haben der wäre jetzt viel wichtiger wieso geht das jetzt nicht aber das war jetzt nicht so dolle oder 15er schuss das passt nix oder da kann man irgendwo sehen wie der weniger wert die werte ne ne das ist ich glaube nix wert der schuss das ist das ist das ist das ist ich habe ihn ich habe ihn hat doch mit der pistole geschafft das ist ein schuss habe ich nur noch da drinnen ach der lebt noch ne den habe ich gefangen roter feuerfisch 46 ist die energie das heißt wir fliegen mal besser schwimmen mal besser hoch ich weiß nicht ob wir da raus kommen da oben ist auf jeden fall irgend so ein Viech gewesen besser hier lang da ist auch wieder einer hier sauerstoff da nehmen wir noch mal weiter da können wir noch ganz in ruhe was einsammeln was haben wir denn hier für eine Abbaumöglichkeit erz ist das noch ok stärker 500 plus 1 von 2 sind reif ok dann deswegen geht es da nicht voran dann lass uns grad hier unten nochmal gucken wo das zweite gemacht haben 3 von 3 sind reif Äpfel wird es geben aber hier sehe ich keine Äpfel warte mal warte mal Obstplantage und Obstgarten ist nur ein Unterschied ne aha wenn der Obstgarten geht viel mehr als Felder krass geht der mit uns in der Nähe an der wird hier in der Nähe auch noch gehen dann mache ich doch hier mal so ein bisschen von dem oder was denn jetzt mit Baum gemeint aha oh das ist schlecht ich muss den noch erweitern und dann funktioniert das gut da holt sich einer Wasser auch gut hier ist nichts passiert ne da ist unsere Farm unser Feld unser Gemüsefarm die ist im Bau das dauert noch ja es ist aber alles andere noch nicht geholt wohl hier sind schon mal 82 produziert worden also es gibt schon mal was so ist nicht also wir haben da irgendwo schon eingesammelt aber hier geht es nicht weiter ne ja doch der hat jetzt gerade was gebaut ne ich glaube wir müssen mal gucken da sind das Hausmeister oder was Instandhaltung ja die Straßen ja die sind schön zu entstand halten aber ich glaube wir es ist hier beim Hausmeister ich glaube wir ziehen da mal drei ab oder ach zwei Hausmeister reichen wie soll man nur was Instandhaltung aber nicht so viel haben wir mehr Arbeitskräfte frei hier wieder einer der Straße baut ne aber da bauen jetzt auf jeden Fall welche Häuser ich hoffe jetzt bauen hier noch mehr an der Farm welche haben wir da gar keiner aber hier am Obstgarten der ist auch wichtiger wie das da oben vielleicht ne und drei Stück sind da drin das ist schon mal eine Hausnummer ne so was macht denn unser anderes Gebäude hier wo ist es denn ah da ja ist schon fertig ne jetzt wird hier Holz gemacht und er ist auch schon kräftig dabei oder Working Holzfüller einer von einer okay es kann auch nur einer sein wahrscheinlich ne oder Lagerhaus keine Äpfel wir können hier alles einlagen das ist nur ja es sind zu wenig Arbeiter verfügbar es ist gar keiner da dann sollen wir vielleicht mal mit Lagerhaltung beginnen ne vielleicht klappt es dann auch ne wenn man da keinen drin hat dann kann das auch nicht funktionieren ne ja aber hier haben wir einen drin ne ja übel ist denn hier eingelagert 53 Fleisch 80 Kisten 74 Holz 3 Stühle ok da gehen die Stühle auch rein das ist schon mal gut ok und die bauen ihre Häuschen selber und das Haus müssen wir irgendwann mal abreißen wenn wir das falsch gebaut haben ne ja so wie sieht das denn hier so aus Region ist ja war mal schon mal besser und das aber dann auf dem gleichen Level hier Beschäftigung ist hoch Religion ist hoch Umwelt ist ja irgendwie war die schon mal besser Dienstleistungen sind leicht erhöht Dienstleistungen sind leicht erhöht Zugang ist gut Zufriedenheit und Loyalität sind 100% also da läuft alles prima hier kann man sehen bei der Obstplantage arbeitet einer hier arbeitet niemand aber die sind auch noch nicht vielleicht fertig oder was steht hier jetzt was fehlt das Obst fehlt jetzt der Apfel ne du denkst nicht du denkst wie du denkst du denkst Gewint du denkst Vielen Dank.